Hallo YouTube! Guckt mal, wir sind wieder im Trockenen. Wir sind ja letzte Folge ein bisschen abrupt rausgeschmissen worden. Wieso, ich besser gesagt, weil die Server von ihr ja einfach gesagt haben, nö, reicht. Aber, guckt mal, die Süßigkeiten fließen. Also das hat's auf jeden Fall gespeichert. Ich glaube, wir müssen jetzt die anderen beiden Rohre noch freien, oder? Ja. Also ich bin froh, dass der Rausschmiss genau dann erfolgte, wo wir sowieso Schluss machen wollten. Das wäre sonst, wenn das mit einem Spiel passiert, wäre echt blöd. Aber es kann natürlich jederzeit wieder passieren, ne? Also, wundert euch dann nicht. So. Eins links, eins rechts. Welches machen wir? Äh, rechts erstmal, oder? Gut. Oh, hier ist ein riesengroßer Schwertfisch. Gut. Ich bin am Ende vom Rohr. Wir müssen die wieder aufklappen. Achso, stimmt. Wir müssen das wieder aufmachen. Entschuldigung. Äh. 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 Ist es rum? Ne. Zielzeiten. Ohaah. 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 Wir müssen hier doch durch, oder? Gut, warte mal. Ich geh mal gucken. Äh. Ohaah. Ich treib's hier aber voll nach oben. Ohaah. 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 Okay, wir sind draußen. Äh. Ohaah. Okay, wir sind draußen. Äh. Ohaah. Hallo. Ohaah. Ah, warte. Hier drüben. Hallo? Ah, geschafft. Ja, da oben ist noch mehr Süßigkeiten Zeugs. Irgendsiebumsie. Ohaah. Na klar. Ich wollte noch mal schwimmen. Allee. Hopp, hopp. Die Frage ist... Ohaah. Ich drück heute den falschen Knopf. Ah, ich muss hier rüber. Wo muss ich hin? Oh. Nein. Einmal. Ich darf es auch noch mal machen. Okay, ich bin jetzt hier. Ich muss mich wahrscheinlich rüber schießen lassen. Aber wo musst du dann hin? Ah, nein. Okay, ich bin dran. Nein, nein, nein. Ich bin auch raus. Ich bin da runterfallen. Ich glaube, das wird wahrscheinlich noch ein, zwei Mal passieren, dass wir hier runterfallen. Ich weiß grad noch nicht, wo wir so wirklich hin müssen. So, ich lass mich mal nach oben schießen. So, ich geh mal hier lang. Okay, du bist jetzt auch hier. Ja. 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 Ha, ich bin auf der Lampe gerendet. Ich nicht. Ist das Wasser? Was ist diese Maschine? Nein. Es zieht uns nach oben, oder? Wir dürfen nicht in die Turbine kommen. Okay. Ah. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Bin gefallen. Nein. Ja. Oh Gott. Ich hab's okay. Gar nicht so einfach. Nee. Nee. Also so ein bisschen Geschicklichkeit gehört ja schon dazu bei dem Spiel manchmal. Okay, okay. Warte. Wir, wir. Ah. Das sieht lustig aus, wenn, wenn May nach unten geht, so. Oh. Wo muss man hin? Ich kann die Kamera nicht drehen. Runter. Runter nach links. Stopp. Da. Ah, hier kann ich die Kamera drehen. Ja. Okay. Okay. Oh. Nein, 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 nein. Ah, okay. Ich bin aber nicht. Ah. Okay. Warte mal, was ist näher das? Oh. Oh. Ja. Oh, das ist schon wieder so cool. Das ist wirklich, wie wir es vorhin hatten. Mh. Es wiederholt sich einfach nicht. Okay. Da ist er ja. Jo. Ich hab's auch hingekriegt. Ah, jetzt musst du... Ja, es fließt! Jetzt fehlt nur noch ein Rohr. Wo sind wir jetzt hin? Eigentlich sind wir hier lang, oder? Oh cool, ich liebe dieses Schlitz zu laufen. Das ist so toll. Oh, wo soll man hier? Guck mal, Mini-Spiel! Komm hier nicht rum, ich liebe diesen Schwung, oder? Grüne Ringe geben dir einen Boost. Passiere die gelbe Kontrollpunkte, um einen Runde zu bauen. Oh, voll verkackt. Was ist denn noch vor mir? Klock mir die ganzen grünen Ringe! Excuse me. Oh, ich wollte immer mal Mario Kart spielen. Achso. Äh, jetzt mal hier. So, was ist das hier? Guck mal, wie schön! Abgesehen von den Grafik-Bugs, die sind ein bisschen da. Da hinten ist noch so ein Piraten-Schiff. Oh, schade. Wo? Hinter dir, glaube ich, ist das jetzt. Oh. Oh, wir können die Bojen... Guck mal, ich bin tot! Nein, du schätze ich noch. Oh, warte mal, kommen wir da hin? Wir können irgendwie die Bojen ziehen. Warte mal, hier geht die Leitung lang. Die noch nicht voll ist bei dem Piraten-Schiff. Oh. Aber, guck mal, wir können auf den Dingern hier fahren. Ja, ja, da bin ich gerade schon. Achso, es geht nur unter Wasser. Da müssen wir ja bestimmt auch hin. Ja, aber ich will trotzdem mal das Stück angucken. Ich hab was. Guck mal. Hier ist auch noch einer für dich. Also nur, wenn du es haben würdest. Wo ist das? Oh, guck mal, hier ist eine Kracke drin im Schnee. Los geht, geht fort. Oh, nee. Nee, 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 nee. Mich nicht schießen. Ich muss erst den Hut holen. Ja, wir sind Piraten. Möchtest du schießen? Wohin hin? Du kannst dich nur alleine schießen. Da schießt dich doch... Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin ins Wasser? Dahin kommst du nicht, ne? Hui. Okay, man kann nur bedingt lenken in der Luft. Meine Mütze ist weg. Ja, meine auch. Ich glaub, die ist beim Tauchen aber auch weg. Guck mal, ich bin hier oben. Ja? Muss ich jetzt hier runter? Ich glaub, es ist egal, auf welcher Seite wir runtergehen, ehrlich gesagt. Ich muss nur gucken, ist das hier der Weg? Ah, dort sind wir hergekommen. Okay, wir müssen doch... ...eine bestimmte Seite runter. Hier kommen wir hoch. So, warte. Dann ab auf die Bahn. Und dann jetzt... ...hier wieder runter. Aber das sieht ja aus, als ob das Rohr richtig kaputt ist. Aber was ist denn das hier? Warte mal, hier ist was Rotes. Ah, nee, das ist hier so ein Durchgang. Aber hier ist zu. Nee, du musst hier oben, es ist rot, da kannst du bestimmt das rausziehen. Nee, das musst du ziehen. Ich muss wegstoßen. Nee, aber mich zieht's doch ran. Ich kann das doch nicht... Nee, aber ich stoße es ja weg, das Rote von mir. Kannst du jetzt durch? Kannst du nach oben... Ah, ja, warte. Äh, warte. Ich bin hoch. Warte. Ich hab losgelassen. Wo ist es denn jetzt? Ich bin zu hoch geschwommen, warte. Weh, ich muss runter. Wow, das war knapp. Hui. Aber ich kann hier drin grad nix machen, weil hier ist nur Lava. Warte mal, hier ist... Hier ist... Da ist ein Propeller drin. Dann müssen wir den erst von außen betätigen oder so. Ich kann den von außen aber nicht. Naja, weil ich auf die andere Seite... Warte, 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 doch! Warte mal. Aber der muss... Warte, ich brauche erst... Der muss erst einmal auf den Kopf. Kannst du einmal nach oben schwimmen mit dem? Oder so drehen. Warte, 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 warte. Okay, warte. Kommst du da rum? Nimmst du hoch? Ich weiß nicht, wie weit... Warte. Nee, ich muss nach... Bleib mal hier, warte. Ich muss loslassen. Ich muss wieder auf die andere Seite. Ich bleib hier, ja. Ja, mach mal. Ich kann eh nicht so wirklich weg. Okay, warte, jetzt wird es halt nur... Warte. Warte. Kannst du mich... Kannst du ein bisschen runterschwimmen? Runter, dass es bei mir hoch geht? Warte. Genau. Dann ist es mal hier. So. Das war's schon. Oh, das ist hier einfach. Okay. Okay. Jetzt müssen wir das Ding quasi drehen gehen, oder? Wenn es uns das so komisch zeigt. Warte mal, komm ich hier raus? Ja, ich glaube, ich kann hier... Ähm... Sieht schon schön aus hier unten. Ja, es ist nicht... Ja, es ist nicht... Juhu! Nee, warte mal. Ist das die richtige Richtung? Nee, wir haben immer nach rechts gedreht. Warte mal. Wir haben immer im Uhrzeigersinn gedreht. Äh... War das jetzt richtig so? Äh... Oder? Ja, wir sind oben am... Wir können jetzt im Leichtturm hoch. Warte mal, ich hab grad bei mir im Schnittprogramm geguckt. Da steht irgendwas von... Codierung zur Zögerung. Ja, ja, gott schon passen. Wir können nicht runterfallen. Ich will auch die Kamera nicht drehen. Kann aber an die schneller rennen. Junge, der kriegst einen Drehwurm. Hier kann man das leiden. So, und dann sollen wir dem Licht folgen, hieß es, ne? Ja. Ich bin ja gar kein Fan von so Skiliften, wo ich das Gefühl hab, ich bin nicht richtig fest drin. Ja, ich mag das aber überhaupt nicht. Ich hab auch bei Achterbahnen Angst, wenn du nur so über den Bauch festgemacht wirst. Ist auch nicht so meins. Und dann, wenn wir die Bälle aufbauen, haben wir die Bälle aufbauen. Ja, ja, ich glaube. Und dann haben wir das Leicht in der Ruf, weißt du? Oh, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Aber vielleicht, wenn wir uns die Haus verhauen, vielleicht gibt es ein Geld lefte für ein Wochenende Tag. Ja, du kannst Rose nach Waterland nehmen. Ja, das ist eine großartige Idee. Ja, sie hat uns alle Sommer übernommen, um sie dort zu holen. Und dann, ich werde sie wiederholen, wenn es meine turn ist. Ja, sie wird wiederholen. Ich drück Y an. Entschuldigung, das war ich. Mein Mann war gerade bei mir. Warte. Äh, der wollte gerade was wissen. Entschuldigung. Das war ich. Ich hab kapiert. Oh Gott. Oh, ich hab kapiert. Alter, ist das gut! Aua. Wow. Was ist hier? Ach, oh Gott. Okay. Okay, und dann? Guck mal, kannst du hier hinten irgendwie... Ah, guck mal. Du musst irgendwie wahrscheinlich da drauf springen und ich muss den dann irgendwie rumfahren? Kann das sein? Oh! Ist das ein Monster? Whatever it is, I'm glad it's frozen! Muss ich... Wieso? So? Hier rüber vielleicht, wo ich den hergeholt hab? Kannst du dort nicht hoch springen? Wofür brauchen wir das? Ah, hier oben sind so Haken. Guck mal, kommst du da dran? Kannst du mir da ein Stück vorziehen, dort in die Ecke oder so? Bäh! Uh! So? Jo! Hier. Nee, kann da nicht hoch springen. Oh, hier ist... Kannst du hier irgendwo hoch? Mal komm ich an dem Viech vielleicht irgendwo? Hier an der Seite bei mir ist... Das sieht aus, als ob du hier hochklettern kannst. Ja. Öh! Juhu! Weiter geht's! Oh Gott, ist das so gut. Okay, da kannst du dich hoch schießen. Ich habe, wo ich die alten, also die alten, also die ersten Aufnahmen von dem Spiel exportiert habe. Ja. Warte mal. Du musst mich rüberziehen. Ja, okay. Ich muss irgendwie... Aber da musst du bestimmt das andere auch noch vorholen. Warte. Warte, ich darf nicht runterfallen. Auf jeden Fall habe ich gedacht, was wir alles hier schon erlebt haben in dem Spiel... Ja. Könnte man denken, das sind vier verschiedene Spiele, mindestens. Oh boah. So. So. Okay. Okay. Okay, weiter kann ich den Atmen. Sehr gut. Das kann ich so machen. Oh Gott, auf was... Auf was... Oh Gott. Äh... Auf was rutschen wir hier? Dein Schwanz! Okay. Das hast du gesagt, wann... Ah. Das ist so cool. Ich weiß nicht, wie oft wir das schon in diesem Spiel gesagt haben. Ja. Aber es ist halt einfach cool. Ja. Oh. 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 Ich habe gerade null Plan, wo wir hier eigentlich sind, aber ich gucke immer nur, was muss ich als nächstes tun. Okay, wir müssen, glaube ich, gemeinsam anklopfen und so, oder? Ich glaube, ja. Lass mal los. Warte, du meinst. So, und jetzt du? Zum Dranstoßen, oder? Warte. Ah, warte. Ich hätte einfach ein Stück zurückgehen müssen. Ah. Okay, Mr. Crazy. Ah, ja, our relationship's already collapsed, remember? When something collapses, something new can be built, and then the attraction can grow freely, you know? Oh, no. Oh, yes. Let's break it, baby. Come on. Watch out, mate. Cody, keep on skating. Ich dachte, das Buch war mit Metaphoren. Oh, wir müssen hier rauskommen. Oh, mein Gott. Schaffen das. Wir sind alles geschafft. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ah! Ich würde sagen, wir nutzen unsere Anziehung in der nächsten Folge, oder? Ja, ich glaube, wir können uns nicht so weit auseinander bewegen. Ich doch. Huch! Hä? Äh, war das jetzt so gewollt? Ähm. Ich weiß nicht, ich dachte eigentlich, wir müssen das Glas kaputt machen. Ich bin einfach durch. Ihr habt keine Ahnung, wie das jetzt... Upsi! Oh, danke für den Ding, was? Okay, du kannst mich jetzt fragen, das geht so, oder? Okay, wir finden das in der nächsten Folge raus. Bis dann. Bis dann, YouTube. Tschüss, YouTube. Tschüss. Tschüss.